Hallo und herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von Stimme Aktuell. Die Grippewelle hat ihren Höhepunkt wohl überwunden. Das Landesgesundheitsamt meldet fallende Zahlen bei den Neuerkrankungen. Allerdings sind die Fallzahlen noch immer vergleichsweise hoch. Bis jetzt sind im Stadt- und Landkreis Heilbronn für dieses Jahr 196 Grippekranke gemeldet. Im Vergleichszeitraum 2016 waren es dagegen nur 22. Ärzte sprechen von einer außerordentlich heftigen Grippe und Erkältungswelle in diesem Winter. Mit einer Länge von rund zwei Kilometern, 4000 beteiligten Personen und mehreren tausend Besuchern ist der Wimpfener Faschingsumzug der größte im Unterland. Zum 67. Mal startet der Umzug am kommenden Sonntag um Punkt 14.11 Uhr vom Talmarktgelände und schlängelt sich durch die Gassen der Altstadt. Parkplätze finden Besucher im Tal. Die Durchfahrt von Bad Wimpfen ist an diesem Tag von 12 bis 18 Uhr gesperrt. Deutliche Kritik am Zustand der Frankenbahn hat der Sonderbeauftragte des Landesverkehrsministeriums Gerhard Schneidmann geübt. Die Schienenstrecke zwischen Heilbronn und Würzburg sei nach wie vor ein aneinandergereihter Engpass. Dass der Abschnitt zwischen Möckmühl und Züttlingen nicht zweigleisig ausgebaut wird, versteht der Nahverkehrsexperte nicht. Vorrangig ist für ihn die Vermeidung von Zugausfällen. Häufig fielen Verbindungen nach wie vor aus. Neben den närrischen Tagen haben die Horkheimer Handballer einen weiteren Grund zum Feiern. Mit Pierre Freudl vom Drittliga-Konkurrenten SG Nussloch ist ein hochkarätiger Neuzugang für die nächste Saison verpflichtet worden. Freudl soll im Innenblock den erfahrenen TSB-Abwehrchef Stefan Fähnle und im Angriff auf halb links Shooter Sebastian Heimann ersetzen. Motzen ist mein Yoga, heißt das Programm des Osnabrücker Kabarettisten und Musikers Kala Wefel, mit dem er am Samstag um 20 Uhr im Heilbronner Kulturkeller in der Gartenstraße zu erleben ist. Ein Abend über Globuli, Streuselkuchen, Bachblüten, Extrakte und Einhörner. Soweit Stimme Aktuell für heute. Bis zum nächsten Mal und Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut.